Auf die Plätze! Vorhin haben wir es schon gehört, dass wir euch vorgestellt werden. Deshalb noch bei 15,2 3 Detail-Denächt, weil in Berlin im offiziellen Vorlauf der Anzug gewischt ist. In einem offiziellen Rennen im Anschluss an die Vorläufe hat er dann eine 49er-Zeit gestorben, da möchte er natürlich offiziell auch gerne bestätigen. Und dann gibt es sich 8,6, dass wir die Zeit für Istanbul haben. Boah, geht ja ab! Applaus 25,2 Sekunden. Herr Kolkern, wir sind die Verteidigung. Deutschlandmeister.